Trishula, Shiva's Dreizag. Lesung und Kommentar eines Abschnitts aus dem Kapitel Inspiration und Weisheit von Swami Sivananda. Shiva wird dargestellt mit Trishula, dem Dreizag. Trishula hat verschiedene Bedeutungen. Andere Symbole, die Shiva hat, sind Damaru, die Handtrommel, das Feuer, Malu, eine bestimmte Waffe. Shiva hat als Schmuck fünf Schlangen, manchmal auch eine Girlande aus Totenköpfen. Shiva tritt mit seinen Füßen letztlich den Mujalaka Asura nieder, der einen Zwerg, der eine Kobra festhält. Shiva schaut nach Süden und seine Essenz ist Panchakshara, das fünfsilbige Mantra. Shiva hat also in seiner rechten Hand Trishula, den Dreizag. Was ist die Bedeutung dieses Trishula? Der Trishula symbolisiert zum einen die drei Gunas, Sattva, Rajas und Tamas. Shiva mit seinem Trishula beseitigt die Verhaftung an Sattva, Rajas und Tamas. Shiva mit seinem Dreizag, mit dem Trishula symbolisiert höchste Beherrschung. Letztlich regiert Shiva die Welt der drei Gunas. In diesem Sinn sei dir bewusst, auch deine Aufgabe ist, über Sattva, Rajas und Tamas hinauszuwachsen. Habe den inneren Dreizag, die innere Fähigkeit, über Tamas hinauszugehen, über Rajas hinauszugehen, über Sattva hinauszugehen. Oder du kannst dir auch den Trishula-Shivas vorstellen. Angenommen, du bist in einem tamassigen Gemütszustand, du fühlst dich traurig, du fühlst dich irgendwo gekränkt, du bist irgendwo unruhig. Ja, du bist irgendwo niedergeschlagen, dann stelle dir Shiva mit dem Trishula vor und stelle dir vor, Shiva beseitigt dieses Tamas. Und dann kommt plötzlich etwas Neues. Öffne dich für Freude und Inspiration. Genauso, angenommen, du hast einen rajasigen Gemütszustand, du merkst die Gier, du merkst die Sehnsucht, du willst das haben oder du willst jemand anderem eins auswischen. Du spürst innere Unruhe, du bist gekränkt. Wenn du all das spürst, sei dir bewusst, Manifestation von Rajas, von innerer Unruhe, von Gier, Getriebenheit. Stelle dir Shiva vor mit seinem Trishul, mit seinem Dreizack und stelle dir vor, wie Shiva all das beseitigt, mit seinem Trishul wegwischt. Sattva ist natürlich ein schöner Gemütszustand. Sattva heißt Freude, Zufriedenheit, Geduld, ist ein leichtes Gefühl, Mitgefühl und so weiter. Natürlich, du willst dieses Gefühl nicht loswerden, aber sei dir auch bewusst, du willst nicht daran hängen. Dein Selbst ist unsterblich, inmitten von allen drei Gunas. Selbst die Verhaftung an Sattva wird Shiva mit seinem Trishula beseitigen. Ja, das sind einige Aspekte und du kannst dir Shiva vorstellen, wie er mit seinem Trishula alle Probleme deines Lebens immer wieder beseitigt. Das ist ein diagrammung steifaterial oder wie er mitUAGE beginnt. Das ist ein sehr gutes Gefühl, dass die Riesung olduğatik pur ist. Aber eben auch ein sehr gutes Gefühl, das Ablaufkampini ist, wie das Komagin Becky Mord. Dazu gibt es einen poginks oder ein wenig机 mit Zu wonderedzirren. Vielen Dank.